Die Audi Golf News von den Uni-Credit Ladies German Open, presented by Audi. Besonderer Termin am Audi Golf Terminal auf Gut Häusern. Die 10 Top-Spielerinnen bekommen für die Zeit des Turniers ein Audi A5 Cabriolet. Vorfreude bei den Proetten statt. Ich bin wieder froh hier dabei zu sein, möchte mein Bestes geben. Es ist super hier in der Heimat zu spielen und wie auch letztes Jahr sind super gute Spieler hier dabei. Von daher weiß man nie, wer gewinnen wird, aber klar, ein Heimatsieg wäre natürlich schon schön. Alles ist speziell hier, das Tournament ist sehr schön, es ist gut organisiert, wir haben große Gruppen und alle sind so involviert und es ist sehr schön hier zu sein. Von den Spielerinnen her ist es sicherlich eines der beliebtesten Turniere, nicht nur was den Wohlfühlfaktor angeht. Wir sind hier preisgeldtechnisch schon in der oberen Liga. Dann kommt natürlich noch der Audi hinzu, den man ja im Prinzip auch als Preisgeld definieren kann. Und von daher ist das schon ganz weit oben einzuordnen und das ist auch das, was die Spielerinnen uns zurückspielen. Natürlich ist es ein tolles Gefühl, ich habe viele gute Erinnerungen von diesem Kurs und ich freue mich wirklich darauf, dass es wieder spielen kann. Aber natürlich ist es dieses Jahr ein unterschiedliches Jahr und ich versuche mein Bestes, meinen Titel zu retten. Natürlich werde ich es retten und hoffentlich wieder erheben. Von der ganzen Atmosphäre, wie das Turnier aufgebaut ist und den Zuschauern, von der Organisation, also alles ist wirklich super. Es ist ein Wohlfühl-Turnier, ja.